I got it on love, now put your hands up. I'm walking the club, now put your hands up. I got it on love, now put your hands up. Hallo Leute, heute gibt's die angekündigte Rezension zu meinem ersten E-Book, nämlich Der Heuchler von Marc Friendly. Der eine oder andere hat's wahrscheinlich schon bei meinen Weekend Vlogs gesehen, beziehungsweise als ich mein E-Book wieder vorgestellt habe. Und jetzt möchte ich eine Rezension dazu machen. Die schriftliche Rezension findet ihr entweder in der Infobox oder ich werde es euch hier irgendwo einblenden. Kommen wir zum Inhalt. In diesem Buch geht es um zwei, beziehungsweise eigentlich mehr um den Kommissar, den Hauptkommissar, aber auf jeden Fall geht es am Anfang um den Hauptkommissar Mick oder Mike Köstner und seinen Partner Paul, nee, Peter Groß. Entschuldigung, Peter Groß. Die beiden jagen einem Serienmörder hinterher, der schon 13 Leichen auf dem Gewissen hat und er hat immer die gleiche Vorgehensweise. Seine Opfer sind immer Kinder und niemand weiß, wieso er das macht und bis jetzt sind sie auch noch nicht immer rechtzeitig dahinter gekommen, wo er das macht und wie er das macht und konnten bis jetzt auch leider noch nichts verhindern. Jetzt haben sie eine E-Mail bekommen und herausgefunden, wo er denn jetzt vielleicht seinen Sitz haben könnte, haben aber noch nicht genug Beweise, um ein Spezialkommando zu kontaktieren und da mit hinzunehmen und gehen deswegen erstmal zu zweit alleine. Dann eskaliert die ganze Situation und es endet damit, dass Peter letztendlich ein Kind erschießt und ja, das ist dann leider das Kind, was sie retten wollten und somit ist das dann auch die 14. Leiche nicht so schön. Peter wird dann auch erstmal in ein Krankenhaus eingeliefert und sediert, damit er sich erstmal beruhigen kann und Mike ist jetzt natürlich total aufgebracht, weil er auch Angst hat um seinen Partner und auch um seine Stelle und er ist schon relativ lange. bei der Mordkommission und kennt sich auch, also ist ganz dicke mit seinem Chef und redet dann mit seinem Chef und wird dann von dem Fall abgezogen. Erst regt er sich total darüber auf, das geht ja wohl gar nicht, wir waren so nah dran und jetzt werden wir einfach abgezogen und naja, dann wird ihm aber von seinem Chef klar gemacht, was er auch einsieht, dass jetzt nicht nur er und sein Partner in Gefahr sind und vielleicht auch noch andere Leute, sondern ganz speziell auch seine Familie, weil am Tatort wird ein Bild gefunden, wo die beiden drauf waren. Das heißt, dieser Anschlag, nenne ich es mal, wurde gezielt geplant und wirklich nur für diese zwei Agenten gemacht. Peter hat keine Familie, hat keine Frau, hat keine Kinder. Mike aber hat zwei Kinder, eine Tochter, die jetzt im pubertären Alter ist, die ist jetzt 16, einen kleinen Sohn, der ist 10 Jahre alt und eine Frau. Er ist nur der typische, naja, Kommissar eigentlich, also er arbeitet sehr viel, seine Kinder sehen ihn relativ wenig und das findet seine Frau auch nicht so gut und naja, auf jeden Fall sieht er das halt ein, dass sie jetzt auch gefährdet sind, will das natürlich nicht und da er sowieso in den Zwangsurlaub geschickt wird, versucht er nun das Beste daraus zu machen und schlägt vor, mit der ganzen Familie ja einen Urlaub relativ weit weg zu machen. Die Frau hat sich schon länger gewünscht, dass sie mal nach Finnland fahren und das setzen sie jetzt auch um. Sie fahren also alle zusammen mit Auto, zwischendurch mit der Fähre nach Finnland und glauben dann, alles ist toll, kommen in ein großes Haus und ja, ist auch wie gesagt anfangs alles schön. Natürlich regt sich die 16-Jährige ein bisschen darüber auf, dass sie in Urlaub fahren und sie weiß auch gar nicht, was sie da machen soll und naja, das übliche halt, wäre bei mir wahrscheinlich genauso. Und der 10-Jährige findet das alles ganz toll, die Frau auch ganz toll und bis jetzt ist auch alles super und Finnland ist schön, die haben, wie gesagt, ein schönes Haus bekommen am Meer, der Kleine geht immer angeln und die Tochter, die hat auch schon Freunde gefunden, einen Jungen namens Sören und ab da beginnt dann aber alles ein wenig konfus zu werden, sag ich mal, weil die Familie halt wie gesagt denkt, sie ist in Sicherheit. In Wirklichkeit ist sie das aber nicht und naja, da man den Mörder noch nicht kennt und auch er keine besondere Vorgehensweise hat, nachdem man ihn benennen könnte, sagen alle immer nur er zu diesem Serienmörder und naja, er ist noch nicht fertig mit Familie Köstner. Nun zu meiner Meinung. Ich habe dieses Buch an einem Tag komplett verschlungen und das Buch hat ja auch nur 288 Seiten. Wie immer werde ich euch alle Verlagsdaten und Seiten und alles in der Infobox, in der Infobox, in die Infobox schreiben und ja, das Buch hat mir gut gefallen. Es lässt trotz seiner geringen Seitenanzahl mit 280 Seiten eigentlich keine Verluste. Also es ist alles drin, man denkt sich jetzt nicht, da könnte noch ein bisschen mehr ausgeführt werden oder es ist auch eigentlich nichts überflüssig. Also es ist alles kompakt und gut auf diese Seiten ausgeschrieben. Ich würde dieses Buch aber nur Leuten mit guten Nerven empfehlen. Mich persönlich stört das nicht. Ich lese blutige Thriller, ich lese Thriller mit Serienmördern, die echt einen an der Klatsche haben und auch mit welchen, bei denen das nicht so schlimm ist. Aber man sollte sich wirklich überlegen, ob man dieses Buch lesen möchte, weil allein schon der Mörder ist schwer zu verdauen, weil halt alle seine Opfer Kinder sind und das schon ganz schön schlimm ist. Außerdem sind die doch wenigen Blutszenen in diesem Buch auch sehr blutig beschrieben und wenn man sie sich vorstellt, dann auch richtig, sage ich mal. Und deswegen würde ich, wie gesagt, dieses Buch nur Leuten mit starken Nerven empfehlen. Wer dem nicht so, also wem sowas nicht so zu sagt, dem könnte ich auch zum Beispiel Der Seelenbrecher von Sebastian Vizek empfehlen. Und ja, die Auflage, die ich gelesen habe, ist nun schon die dritte Auflage des Buches, weshalb ich unter anderem auch sagen kann, dass das Buch schon durch viele Hände gereicht wurde und auch eigentlich ich keine Rechtschreibfehler mehr gefunden habe und sich das Buch auch eigentlich dadurch sehr gut lesen lassen kann und man sich wirklich auf die Story konzentrieren kann, was man auch muss, um alles zu verstehen. Das sage ich jetzt, weil ich schon Rezensionen gelesen habe dazu, wo wirklich einige Leute geschrieben haben, da sind so schlimme Fehler bei, Satzfehler, Kommafehler, Rechtschreibfehler, dass das wirklich gar nicht mehr geht. Aber bei der nun schon dritten Auflage, ich habe ja wie gesagt die E-Book-Version gelesen, sind eigentlich keine störenden Fehler mehr vorhanden. Und die Kapitel sind anfangs nur aus der Sicht von einer Person geschrieben und das ist auch gut so, dann lernt man nämlich erstmal die Person kennen und so bin ich das auch gewohnt. Mit der Zeit ist es dann aber so, ab dem fünften, sechsten Kapitel, dass in einem Kapitel sich mehrere Protagonisten und auch ab und zu mal der Antagonist abwechseln. Das ist dann immer so, ein Absatz ist dann aus der Sicht von Mike zum Beispiel geschrieben und dann kommt eine freie Zeile und dann ist der nächste Absatz. Der ist zum Beispiel aus der Sicht vom Mörder geschrieben. Wenn man daran nicht gewöhnt ist, dann ist es am Anfang schwierig, also ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen manchmal, aber eigentlich gewöhnt man sich schon dran. Was halt nur ein bisschen schwierig ist, ist, dass die Absätze halt nur hintereinander stehen und es steht jetzt nicht, wie zum Beispiel beim Augensammel von Sebastian Fitzek obendrauf, zu wem jetzt der Abschnitt gehört, also aus welcher Sicht man dann jetzt die Geschehnisse verfolgt. Das ist insofern ein bisschen verwirrend, weil manchmal das Gleiche zweimal passiert, nur halt zeitversetzt und dann aus verschiedenen Sichten. Also zum Beispiel irgendwie, man sieht jetzt das, was ich am Anfang schon gesagt habe, den Mord an dem Kind sozusagen aus der Sicht von Mike und dann sieht man vielleicht den Mord nochmal aus der Sicht vom Mörder. Also ich möchte ja jetzt nichts verraten, das ist am Anfang nicht so, aber so kann man sich das dann vorstellen, so ist das dann mit der Zeit. Und das ist halt ein bisschen verwirrend und da musste ich auch manchmal, wenn ich bei der Mitte von einem Abschnitt bin, den Abschnitt nochmal lesen, weil ich dann erst verstanden habe, dass es zum Beispiel aus der Sicht vom Mörder ist und so. Und das ist halt ein bisschen doof, würde ich sagen. Aber sonst ist es eigentlich ganz gut. Also es ist ja auch sichtbar, dass dann ein anderer Abschnitt kommt und wenn man erst mal sich darauf eingestellt hat, dass das auch immer aus der Sicht einer anderen Person ist, dann geht das eigentlich. Ja, sonst ist eigentlich, wie gesagt, alles top, keine Fehler, wenig Fremdwörter, eigentlich fast gar keine und wenn, dann nur welche, die man versteht. Und ja, bei der Rollenverteilung ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass das alles ein bisschen klischeehaft ist. Also man sollte von dem Buch jetzt nichts komplett Neues erwarten. Wie ich schon gesagt habe, unser Hauptprotagonist Mike ist halt Familienvater, der bei der Mordkommission schon relativ viel gesehen hat, deswegen auch abgehärtet ist. Er arbeitet viel, nimmt sich nicht viel Zeit für seine Familie, seine Frau bleibt ihm trotzdem treu, sie versucht ihm immer zu helfen, er raucht und all so eine Sachen. Die 16-jährige Tochter ist zum Beispiel auch richtig so, wie halt, als ein 16-jähriger Teenager, das Paradebeispiel sage ich jetzt mal, also sie ist angenervt von ihren Eltern, eigentlich ist sie angenervt von allem und sie hat keinen Bock auf Schule, sie hat keinen Bock auf Urlaub, sie ist halt pubertär und ihr 10-jähriger Bruder ist dann das komplette Gegenteil, er ist sehr aufgeweckt, freut sich immer auf alles, liebt seine Eltern, ich will jetzt nicht sagen, dass die 16-Jährige ihre Eltern nicht liebt, aber bei dem Kleinen merkt man das halt ein wenig mehr. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, also mich hat es speziell nicht gestört, aber man sollte halt, wie gesagt, nichts komplett Neues von dem Buch erwarten. Eine Sache wäre dann noch, die mich an dem Buch, naja, also gestört kann man jetzt nicht sagen, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, also es ist ja etikettiert, sag ich jetzt mal, als Psychothriller und weist auch die normalen Psychothriller-Merkmale auf, also ein Mörder ist da, dessen Motiv unklar ist, die Kommissare und bla. Auf jeden Fall ist es am Anfang so, dass man halt in das Geschehen hineingeworfen wird, es ist teils Action beladen, man wird halt wirklich, man weiß eigentlich am Anfang des Buches schon, nachdem man so das erste, zweite Kapitel gelesen hat, ob man das Buch, also ob das Buch etwas für einen ist oder nicht, weil da halt eigentlich alles rankommt, die Protagonisten sind zu sehen, der Mörder wird ein wenig beleuchtet und das mit den Kindern und so, dass sie erschossen werden. Ja, das ist halt eigentlich gut, dass man dann halt auch am Anfang gleich weiß, ob man das Buch mag oder nicht, nur, dass es dann halt nicht die ganze Zeit so, sagen wir mal jetzt, spannend bleibt, also es ist so, dass halt, nachdem das passiert ist, er ja in den Zwangsurlaub geschickt wird und dann kommen erst mal ein paar Kapitel mit der Reservierung des Ferienhauses, der Planung des Urlaubs, hinfahren und im Urlaub sein halt und da passiert nicht wirklich viel, also ab und zu sind mal so zu so Sachen, also wo man jetzt denkt, oh, ah, da ist er jetzt und jetzt passiert gleich was oder so, aber das sind dann auch nur so, ich nenne sie jetzt mal so Schrecksekunden, die sind dann kurz da und danach sind sie dann auch eigentlich relativ schnell wieder weg, also ich finde so ein bisschen, das Thriller-Feeling wird ein bisschen weggenommen, also ich will jetzt auch nicht einen Psychothriller haben, der jetzt durchgehend an den Nerven zerrt oder sowas, aber es ist halt so, dass es dann stellenweise kein richtiger Psychothriller mehr ist, finde ich. es kann jetzt auch nur aus meiner Sicht so sein, aber naja, aber also es bleibt dann auch nicht das ganze Buch so, dass es jetzt sozusagen nur am Anfang spannend war und dann braucht man es nicht mehr weiterlesen, also es kommen halt zwischendurch auch Passagen wieder aus der Sicht des Mörders, dass die halt sehr, ja, er plant halt seine Angriffe oder was er dann halt vorhat und wir erfahren halt auch ein bisschen was aus seiner Vergangenheit und das bringt halt auch wieder so ein bisschen dieses Feeling zurück und man stellt ja dann auch so seine Vermutung an, wer denn jetzt dieser Mörder sein könnte, weil man ja auch ziemlich schnell mitbekommt, dass er auch in Finnland bei der Familie ist und dann überlegt man ja, dann wird man ja auch wieder so ein bisschen paranoid, das könnte ja jetzt jeder sein und dann kommen da auch so ein paar Personen, wo man wirklich denkt, oh, 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 jetzt ist es vorbei und diese Passagen sind halt auch nicht so wenige, also ich kann dieses Buch auch waschechten Thriller-Fans empfehlen, ich habe es ja auch gemacht, ich lese ja sonst, also eigentlich lese ich ja alles, ich lese sowohl blutiges Thriller, wie gesagt, als auch nicht blutige, aber das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, also es macht das Buch jetzt nicht total schlecht und überhaupt nicht lesenswert, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist mir halt wirklich ein bisschen aufgefallen. Ja, zum Ende möchte ich eigentlich gar nicht viel sagen, weil erstens möchte ich nichts verraten und zweitens möchte ich nicht, ja, ich möchte nichts verraten, ich sage nur so viel, also er tobt sich ganz schön aus und wie gesagt, dieses Buch ist nichts für schwache Nerven. Mein Fazit ist, dass Heuchler ein gutes Buch ist, das zeitweise aber ein wenig von seinem Genre abweicht. In seinen wenigen Blutszenen ist es auch blutig, teilweise auch grausam. Bei einem E-Book-Preis, bei einem E-Book-Preis von 92 kann man da aber eigentlich nicht viel falsch machen und wie gesagt, ich empfehle dieses Buch wirklich mehr Erwachsenen als halt Kindern, Leuten mit starken Nerven und auch ausgekochten Thriller-Fans. Ja, dieses trotz der Paarfehler gutes Buch bekommt von mir trotzdem noch 4 von 5 Sternen. Dann war es das auch schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Buch auch gelesen habt, ob ihr vorhabt, das Buch zu lesen und ja, wie ihr meine Rezension fandet, ob ich noch irgendwas verbessern könnte und ja. Ich erinnere nochmal daran, dass die schriftliche Rezension von mir in der Infobox ist und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!